Hallo und herzlich willkommen zu Part 42 von Infamous Second Son. Wir haben eigentlich mit Augustine gekämpft und ich hatte gehofft, die wäre... What? Ist sie aber nicht. Warum, weiß ich auch nicht. Gemein ist das. Ja, Delsin ist auch sauer. Kann man auch nicht machen hier. Wer? Den suchen wir. Daughtry? Wer ist das denn? Ich bin auf jeden Fall schon da, wo ich sein muss. Anscheinend muss ich hier irgendwie den Kampf noch gewinnen. So, da ist das enge Baller. Alle, Delsin. Mache ich mal kurz von dannen. Hier. Komm mal rein jetzt. So. Aufrüsten. Also ist die Orgistin jetzt untergegangen oder ist sie abgehauen? Ich weiß nicht. Wollte ich vielleicht nicht die Stimmung vermiesen? Aber ich habe keinen Ton. So. Ich werde hier schon die Stimmung mitbekommen. Das sind so viele, dass ich irgendwie nicht so richtig den Überblick habe, wo ich zuerst hinschießen soll. Kamera ist auch so ein bisschen weird. So. Direkte schusslinie suchen und feuern. Los, erledig dich. Ah. Man. Mal wieder eine neue Power hier. Man. So. Himmlische Unterstützung. Boah, ist das dunkel. Feuer aus der Deckung. Oh. Ah. Direkte schusslinie suchen und feuern. Ziel gesicht. Was ist denn hier drin eigentlich? Also ist denn der Karton komisch am Glitzern? Ich habe keinen Sichtkontakt mehr zum Ziel. So. Oh. Ja, Mann. So, kurz ein bisschen in Deckung gehen. Dass es uns wieder gut geht. Jetzt schon wieder. Topi. So. Wo seid ihr? Hier den Deckung kaputt hauen. Also das ist der Typ, der den verraten hat, denke ich mal, den wir jetzt suchen. Ich bin mir nicht sicher. Klettern sie auf Gebäude. Ja, der hängt. Siehst du, wir suchen den Hank. Das habe ich mir noch fast gedacht. Aber ich will jetzt auf keinen Fall rauchen, weil dann kommen wir nicht so gut hoch. Die Dächer und so. Ich habe zwar nur noch zwei Raketen. Ich bin also nicht optimal ausgerüstet, aber das ist auf jeden Fall cooler, um nach oben zu kommen. 400. Was zum Teufel will das DUP von Hank? Tja, gute Frage, Mann. Gute Frage. Hier. Er ist irgendwo hier. Was zum Teufel ist da drüben los? Irgendwas kriegt da schwer was ab. Klingt wie ein Krieg, Mann. Gehen wir mal hin, oder? Müssen wir auch in die Richtung? Aber es geht jetzt gar nicht mehr mit dem Telefon. Okay. Helikopter. Es geht. Okay, untersuchen sie das Gebiet nach Hinweisen über den Verbleib von Hank. Scheiße. Was war Hank? Hank, bist du da? Ich habe keine Angst vor dir, Hank. Geh, ist da unten. Ich bin wohl nicht der Conduit, den ihr erwartet habt. Oh, Mann, ey. Rauch entziehen. Oh, Mann. Hier rein, hier rein, hier rein. Okay, muss ich jetzt alle bekämpfen, oder was? Kann ich hier einfach mal abhauen. Kann ich nichts mitnehmen. Schön, freu dich doch. Lass mich in Ruhe. Nervensägen, ehrlich. Und wieso glaubst du, dass ein Bioterror ist, wie? Wie geht es um Verkleidung? Du hattest... Kein Bock, die alle kaputt zu machen, ehrlich. Warum sollte ich auch? Andere Sorgen. Höher klettern, okay. Ach ja, ich brauche. Oh, vor allen Dingen erst mal eine andere Fähigkeit. Ah, komm höher. Was willst du denn? Komm ab! Unglaublich, wie aufdringlich der bitte ist. So, ich muss immer noch höher. Wird schön, dann mach ich das halt. So, 395. Ich hab getan, was ihr wolltet. Du musst dein Versprechen. 355. Kaufe schon, Lade, denn du schaffst es. Wenn Augustin rausfällt, dass du dich nicht an die Abwachung hältst. Wem redet der Hangt denn da? Das würde ich auch gerne mal wissen. Kann ich denn jetzt überhaupt nur noch Rauch entziehen? Ich würde gerne mal eine andere Kraft haben. So eine Leiter. Brauche ich nicht. Hier ist eine Treppe. Super. Komm, geh höher. 25, 24. So, probieren wir mal hier höher zu kommen. Ja, ja, ja. Ich weiß, dass ihr unbedingt mit mir kämpfen wollt. Aber ich will nicht. Ich habe Wichtigeres zu tun. Ich muss den Hank finden. Ich weiß, er ist hier irgendwo. Ein Dächer scheint er ja zu mögen. Okay, wir sind schon wieder in der Nähe. Müssen wir anscheinend auf das hohe Gebäude hier. Kommen wir jetzt aber so ohne weiteres durch hoch. Mit unserer bekloppten Fähigkeit. Und irgendwie kann ich im Moment, kann ich hier Neon entziehen vielleicht. Ja, Gott sei Dank. Super gut. So kommen wir nämlich auch wenigstens hoch. Nein, hier unten ist er nicht. Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Schau mal! Schau mal! Schau mal! Huuu, das wird schon knapp hier. Zeit haben wir aber noch. Den Hank zu finden, ist gut. Den würde ich in dem Part ja schon gerne noch ausfindig machen. So, ich muss jetzt hier erstmal unten Ruhe schaffen, damit ich oben in Ruhe den Helikopter ausschalten kann. Weil wenn ich sehe, wie viele Gegner das hier sind, wird das ganz schwierig. So, wo ist der Helikopter? Ich sehe ihn nicht. So, ich muss jetzt irgendwie mal untersuchen, wo der Hank ist. Video entziehen, cool. So, der ist Dach untersuchen. Und dieses Dach hier. Oh, Helikopter. Ne, auf mich nicht. Das gibt's doch nicht. Ich muss nah dran sein. Da muss die App wohl nochmal ran. Hm. Ach, was? Wie aussieht, brauche ich euren Schutz gar nicht. 20. Also anscheinend hier irgendwie. Er will zum Jachthafen. Am Land ist er nicht mehr erwünscht. Ich schätze, Hank und ich sehen uns bald wieder. Meinst du? Hört doch mal auf, auf mich zu schießen, Leute. Ich will von den DUP gerade gar nichts. Ah, da ist er ja. Der Drecksack. Jetzt gibt's... Oh, die Spaffos Fressbrett. Ich wusste, du hast uns verraten. Sie sagte, sie würde dir nichts tun. Sie wollte nur mit dir reden. Ja, klar. Okay, das ist ein gutes Argument. Dafür hätte ich vielleicht auch jemand wie den Delsen verraten. Ist das Kind da? Komm, jetzt lass den gehen. Natürlich, was schon nicht hängen. Lass ihn gehen. Gute Entscheidung. Das war doch groß. Aber ich finde, wenn er es gemacht hat, um sein Kind zu beschützen, dann ist das doch okay. Mission abgeschlossen. Rauch und Spiegel. Zehn Upgrades verfügbar. Was geht denn jetzt noch? Wir müssen das DUP vernichten und wir müssen unseren Stamm noch retten. Jetzt will ich das, weshalb ich hier bin, Augustine. Also haben wir Augustine nicht komplett vernichtet das letzte Mal. Das wäre aber auch ein blöder Showdown gewesen. Aber jetzt nochmal ein dicker Kampf, fände ich irgendwie auch scheiße, weil den haben wir ja auch schon gehabt. Also irgendwie müsste das mit einem Einspieler doch gemacht sein dann. Es ist Zeit, uns die Stadt von denen zurückzuholen, die sie zerstören. Oh, halt die Fresse aussehen, ehrlich. Wir haben bei uns nichts verloren. Sie gehören weggesperrt. Weit weg von allen anständigen, normalen Menschen. Ja, ja. Zum Wohle der Gesellschaft. Ich bin es doch, der die Gesellschaft vor ihr und ihrer Armee aus Wahnsinnigen beschützt. Ganz genau. Die Nazi-Braut. Wie, wird fettig gemacht? Ich komme. Wieder Blitz. Juuu. Keiner kann mich aufhalten. Keiner kann mich mehr aufhalten. Juuu. Juuu. Moment mal. Sag mir die Zeit. Ich würde sagen, wir werden uns noch bis zum Zielpunkt begeben. Und dann machen wir nochmal einen kleinen Cut. Und dann wird doch das Spinale langsam aber sicher kommen. Wie ich höre, läuft der Bioterrorist Nelson Rowe wieder an. Seine frühen Schreckensorgien sind bereits hunderte loyale IOP-Beamte. Und ebenso viele Mitbürger zum Opfer gefallen. Es ist keine Schreckensorgie, wenn ich Unschuldige rette und auch noch deine Horde von Killern verschone. Gelsin hat meine Schwester von Dilan gerettet. Hey, Hirschchen. Wir glauben Ihnen. Nicht Augustin. Danke schön. Ich muss da irgendwie in diese Teile reinspringen. Aber dafür muss ich Video entziehen. So, und dann kann ich irgendwie in diese Dinger hier rein. Komm weiter, weiter, weiter. Nein. Ach man, das ist doch fuck. Kann ich da nicht mit der Schnellreise irgendwie hinnehmen? Ich bin jetzt schon weiter. Guck mal. So fett. Komm, bist du? Oh, ist das weit. Oh, die Kamera kaputt. Nein, du hörst dich gewaltig, Augustin. Diese Menschen haben uns beide in Aktion erlebt. Wenn hier einer bestraft wird, wird nicht mein Kopf rollen. Okay, der Transformator muss auf einem Dach gegenüber vom Turm sein. Jetzt gilt's der. Sobald die Abwehr ausgeschaltet ist, gibt's kein Zurück mehr. Cool. Also wie ist der Plan, Conduit? Schnapp ich sie mir und zeige der Welt, was sie getan hat? Oder töte ich sie für Reggie? Wir töten hier niemanden. Wir stellen sie bloß. Aber das, liebe Freunde, machen wir ja im nächsten Teil von Infamous Second Son. Bis dahin. Ciao.